Hallihallo meine Freunde, das ist unser, na, das ist die Night with X-Blue Flight. Ja man, so blitzwert. Laserswert. Brauchst du mit X-Blue Flight. Naja, der Dermon ist wieder bei ihr und ich glaube, wir haben Let's Play Together, spielen wir ein Spiel. Spiel das Spiel, das ist gut, bis ihr ihr elendig mal betreiben müsst. Was ist das für eine Waffe, die der da hat? Oh mein Gott, der Nintendo. Junge, ich hab Bomben-Schwert. Wenn ich einmal fließe, kommen Bomben raus. Schickvoll. Hat er eine Selle oder was? Ich hab eine Star-M-14 in der Ranch und so. Junge, ich hab voll die geilen Waffen. Das Bomben-Schwert, unendlich Munition. Leute, das ist Roror. Ich bin Dead Zone. Ich auch. Das ist ein englisches Spiel hier, Leute. Wenn ihr kein Englisch kommt, dann spielt es gar nicht. Und wir können kein Englisch. Ich schrei auch nicht, weil wir immer skypen. Junge, komm zu mir. Hör dir das, Leute. Junge, hör auf. Junge, hör auf, wenn ich jemand tötet, die ficken dein Leben. Junge, hör auf. Ich wurde von oben weggesnipet. Das ist so eine Brücke. Da haben die mich immer weggesnipet. Eio, Damon, du bist besser als ich. Wieso? Du bist besser repetitierisch als ich. Junge, warum haben die so viele Zombie-Kill? Junge, ich war auch die ganze Zeit lang drin. Sie haben gesagt, dass das Mensch spielt. Ich hab die ganze Zeit lang drin gezockt. Und ich hab die ganze Zeit lang drin gespendet. Wie ihr seht, Leute, ich hab 86 Dollar. 68 Dollar. Junge, ich hab Bomben geschwert. Oh, das sind Bomben. Das sind richtig viele Zombies. Die schickt sie hier neben. Jungs! Jungs! Daniel! Daniel! So ein Typ hat mich gerade übergesporn. Mit seinem Truck ist... Nööööö! Ich bin jetzt kussig, ich bin jetzt zu der Erde! Ich tust mal diesen Arschloch weg. Ähm, 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 ich bin gestorben, die kleine motherfucker. Hat mich gekillt. Junge, verstehe mich eh nicht. Shopcard hat kein Headset an. Die verstehen nicht, man kann es nicht beachten. Ich hab auch kein Headset an. jetzt ich hab keine Ahnung kein das ist der Typ der mich grad hingekillt hat I fucking live bitch I fucking live hat der mein bombenschwert du Arschloch was der hat da ich jetzt nicht bestätigt hab da kann ich ja nur 15 minuten machen also ich werde jetzt vier Parts auf einmal machen mit dem guten alten Dermann Oha das kann noch einmal Junge da krieg ich geile Kleidung der überfährt mich einfach steigt aus dem Kipp und geht mir mit meinem bombenschwert mit meinem eigenen mit einem Mann und das ist das Spiel das ist ein Remake auf Roblox Ja man Ey gib uns doch keine IP ein Ich bin Schneeweiß Ich bin Schneeweiß Ich bin Schneeweiß Da ist ne Winter Packs mitten in der Russen Ich weiß Ich hab noch brauchst du ein paar Winter Packs Nein Ich hab alles genug was du willst Ich hab alles Nur ich schaust alles gegen Munition Ich hab sogar einen Schlüssel Alles Ich hab sogar einen Schlüssel Alice Pack Alice Pack Alice Pack Nein Hab ich auch schon Ich hab nur so ne Lo-Ding Ich hab so ne Scheiße Ich hab so ne Barbara Royale Komm mal die Belle Sag mal du hast bitte was übersehen Und jetzt ne andere Stelle Hier ist ne AK M Nimm sie Nimm alles was was du kannst Ich geh kurz selbst und tu die mal rein Weil ich sterb gleich Ich weiß Ja ich weiß Das passiert mir auch manchmal Ich renn Wovon bin auf meine Barbara Royale gegangen Ich weiß wo du bist Ich weiß wo du bist Du bist auf diesem Turm Ich komm zu dir Ich komm zu dir Ich hab ein Geld Ich mach jetzt selbst und ich bin eh fast tot Also der Mann Nein man Ich hab den Etikett Brauchst du Etikett Ja aber ne das ist jetzt Verschwendung Ja okay Nein man Das ist keine Verschwendung Glaub mir Ich hab genug Sachen für dich Ich kann dir den geben Und so Heilmittel Ich hab voll viele Ich hab genug Ja? Ich hab Nein Ich war richtig reich man Ich war reich in dem Spiel Scheiße drück 5 Dollar pro Zombikill Ach nee Ich hab jetzt schon 68 Dollar Ich hab schon viel mehr Viel viel mehr Du weißt ja wie Junge du legst eine Mine hin Ich kann die nicht aufsammeln Blöd Hier bleib ich immer Hier kommt solche Oh immer noch dieses Scheiß Ding Oh Geil ich hab's nicht gebrochen Ich schieb Ich schieb Und ich schieb pin Oh scheiße ich hab broken leg gib mir ding ich geh kurz safe nein lass mich dich killen nein 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 du tötest mich jetzt ich glaub auf mann du tötest mich jetzt ich weiß wer du reputation hast dann verliere ich du hast mich nicht dabei nee komm wieder in die stelle scheiße mann was soll denn was soll denn was soll denn ich hab meine beine verloren ich habe ich mache jetzt selbstmord ich muss einfach selbstmord würd ich auch machen ich kann nicht verregen sterbe ich nicht wenn du mich kind verlässt richtig viel dazu ich bleibe jetzt einfach diesen der mal stirbt der mal nicht gestorben nein ich war so gut ich hab sogar völlig geile Tarnungen keiner hat mich erkannt ich hab einfach jeden abgeballert Minecraft Minecraft also es kommt von da oben bei den Kommentaren in der Stühle Minecraft ich versuch dann mal wieder eine Waffe zu klauen ich versuch dann mal wieder eine Waffe zu klauen Alter das braucht schon viel Ding aber ich mach nur 10 Minuten immer Alter ich pack das nicht hin wir treffen uns irgendwo wir treffen uns irgendwo wir treffen uns irgendwo wir treffen uns irgendwo ich weiß jetzt wie man ich kenne da vorher einen Wachs und man Winterpacken nehmen kann die Sachen schon daneben schon voll mit dem Wachs kein krass du hast von die Tunisnet ich hab die Wache meine Minikantel ich hab die Wache ich hab die Wache ich hab die Wache komm mal nicht du bist du bist Brustat kannst du schon machen nein oh Leute ich hab aber ich hab keine Wache zu gehen der Mann der Mann der Mann ich hab auch auf Sieg Hey Bob you are ja auch das ja das 1 nur 1 2 das ist Ich hab mir das gemacht. Ich bin hier unten in der Topf. Leute, das habt ihr nicht gehört, okay? Okay, spawn jetzt. Ich bin hier oben in der Topf. Da sind wir nicht mehr auf dem Topf. Wenn wir nicht mehr auf dem Topf! Wir sind hier oben in der Topf! Das ist hier oben! Wir sind hier oben in der Topf! Das ist hier oben in der Topf! Das ist hier oben! Oh mein Gott, meine Cousine ist da ja! Eilig! Meintest du wirklich? Ja! Der Mann, der Mann! Wenn du kommst, nimm eine Bandage mit! Was ist Bandage? Ja, nimm eine mit! Und eine Pille! Wenn du hast! Jetzt muss ich gucken, ob du auf welches Topf! Okay, Bandage hast du! Bandage hast, das ist wichtig! Und dann nimm einfach zwei Bandage mit! Bandage habt ihr doch hundertprozentig! Wir wissen nicht! Wir haben gerade keine Bandage! Wir haben gerade keine Bandage! Es kann so, ich hab da! Ich hab ein Klauch! Ich hab ein Klauch! Hast du Bandage? Ja! Ja! Also, ich hab noch richtig Bandage! Ja! Bandage ist das! Das ist für dich! Mudurch! Das ist awesome! Hat eine Gew marched! Ich habe ein Klauch! Dusche cool und hierher, sind unsnt im Tune! Stress f coloured! Daja.. Ich sehe dich, ich habe ihn gerade Pass auf, das ist ein Typ mit der Waffe Der ist ein Bommenspieler, der hier ist ein Bommenspieler Ich muss gerade Und da ist es Oh no, leid Ich muss mal, dass die Menschen in den Rosen sind Ich muss mal, dass die Menschen in den Rosen sind Gut, ich bin hier Er hat mich umgebracht Junge, wie viel Leben hat der? Ey, der hat mich umgebracht, der Mann Ich schei Will, der hat mich umgebracht, wie viel Leben hat der? Ich schieße da so Junge, wir haben weitere Schutzwerte und so alles Gibt es denn? Töte den Mann Der hat meine AKM Wer töte den, nimm meine AKM und gib die dann mir Okay Ja Junge, ich habe keine richtige Waffe Hvað er Ich muss den umkreisen Oh, der ist schwarze Kille Ich muss hier verkrabbeln, nur ganz kurz Zeit Scheiße, der hat mich gemerkt Was? Er hat mich gemerkt Scheiße, ich bin da Der hat mich hier noch gekillt Hör dir meinen Jungs, ich werd meinen Jungs Ich bin im Gefängnis und hier sind, glaub ich, leute Ey, das ist mein Ding, ich bin in der Kirche. Mein Oma, da war ich, das macht er über die Barriere hin. Das ist ein perfektes Wort. Ich komme zu dir, ich lebe überall Barriere nicht bei dir. Guck mal, wo meine Panne ist. Ich komme zu dir, ich komme zu dir. Ich komme zu dir.